Servus Leute zu meinem zweiten Kommentarbee auf meinem Kanal. Wir spielen hier mit der G6 in 3 auf Village. Es wird ein richtig gutes Spiel, muss ich sagen. Hier wurde zuerst zampisch rumgecampt. Ich habe das mit den Chris aus meinem Clan gespielt. Und ja, anstatt heute ein Thema anzusprechen, spreche ich lieber über das Spiel. Ich habe die Abschussserien-Unterstützung dabei mit der Drohne, mit der Ambient Staff Bomber und mit den EMP. Ich werde alles bekommen. Das habe ich angesehen. Den mache ich nieder. G6 in 3 habe ich hier auf Level 4 oder so. Ich werde auch noch ein paar Level-Absen bekommen. Ja, den hat er fett nieder gebrannt. Murak. Da hat 2. Ein Stück ein Double. Und die Waffe reingestiegen. Verzeihung. Ja, es gibt einige coole Elemente in diesem Spiel. Ich habe heute auch vorhin ein bisschen mit der MSR noch ein bisschen rumgespielt, seitdem ich die frei habe. Ja, und da werde ich auch bald mal eine Montage machen. Oder ich werde mal den Blank vor COD fragen, ob er mir eine macht. Muss ich mal gucken. Der hat ja mein 4-Mann-Feed auch hochgedacht. Also, äh, editiert. Also, es geht besser, aber man kann es nehmen. Ihr könnt gerne noch Verbesserungsvorschläge in die Beschreibung schreiben. Auf meinem Kanal, das laufende Video zur Zeit. Aber bis das Video rauskommt, wird es wohl das hier sein. So. Die MP-Granate hat mich getroffen. Ich kann mich ja kaum noch an die Sachen erinnern, weil das gestern war. Deswegen muss ich jetzt selbst erstmal gucken, was alles passiert ist. Die MP-Granate hat mich nicht mehr so gut gemacht, aber ich glaube, da wird mir geklaut. Und warum ich hier doppelte EP kriege? Ich war in so einer Hecklorbin, da habe ich doppelte Waffen-EP bekommen und ganz viel Prestige-Torbus. Ja, fand ich total dumm. Die Drohne habe ich mittlerweile schon. Ich werde noch auf meinen Stealth, damit ich die auslösen kann, dann den Stealth. Und zu denen sage ich jetzt mal Tschüss. Dann darf mir kecht noch ein paar an die Arme laufen. Weil ich muss auf meine 18 und 21 Kills kommen, meine ich. So, der weg noch. Warum ich auch immer nachlade, weiß ich nicht. Ich habe voll in der Stadt Fingerfertigkeit dabei. Das ist ein bisschen doof, aber ich bin so Munitionsverschwendung, da bringt das schon was. Die tut auch nicht in ihren Shop, das ist wohl blöd. Dass die die ihren Shop tut, wozu bezahle ich die Woche, ey? Mensch, uns Kinder. Ist das ein abgefucktes Kommentar wie? Aber hier geht es ja um das Spiel, weil das ist eine Kurve. Scheiß, Zerfirma. Aufklärungsdrohne bereit. Hierüber, meine Esmi. Es ist mir das? Das war mal angestiegen. Aufklärungsdrohne bereit. Aufklärungsdrohne bereit. Aufklärungsdrohne bereit. Aufklärungsdrohne bereit. Nach drei Kürzen habe ich die in den Stellung. Der macht dann auch ein Müd. Aufklärungsdrohne bereit. Verzeihung. Ne, ich spüre gut. Da läuft einer. Ich bin nicht stehen. Ach, da stimmt er. Ich habe den Meisterstück bekommen von der Strecke mit dieser Waffe. Werfmann gestiegen. No, Bodenluftlakete haben die. So, da hab ich meinen Stealth. Ich häng mich auch gleich hier um die Ecke. Aufklärungsdrohner in den Stealth. So. Ja. Da brauch ich schon Punkte rein. Multi-Kül. 1000 Punkte, da hab ich mich so... Da hab ich mich so gefreut, ey. Das ist die ganze Zeit nur ausgetickt. Ich glaub, da hab ich grad einen übersehen, oder? Ich dachte, ich hätte einen gesehen. Au. So. Und da die Noobs. Volltreffer noch schnell geholt. Der eine Schieß mit seiner Acken oder whatever. Darum. Schon wieder Waffen herangestiegen. Ich glaub doch gleich noch mal die Esmin hier hinspritzen. Ah, das ist einer von uns. Na gut, der stirbt nicht. Das ist unbesiegbar. Das ist unbesiegbar. Ach, da kommt du in die Ecke. Und da hab ich meinen EMP. Und das sind auch direkt eine 700 Punkte gehabt, das. Und Chris hat auch sein Multi-Kül mit einem Stealth gemacht, wie man unten sehen konnte. Und da sterb ich nochmal weg. Und da ist zu Ende. Ich hab 2.540 Punkte bekommen und 2.990 nochmal. Der G-Gel geschieben. Und da war es Kül. So, damit verabschiede ich mich. Und tschüss. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn?